So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Falls euch ein Rauschen im Hintergrund auffällt, über uns bricht gerade die Welt zusammen. Wir sind nun hier immer noch im Einsatz. Meine ganzen Top-Männer sind alle gar tot. Ich laufe nochmal da rein und sage, hey, danke für die Energie, obwohl ich es nicht brauche. Jetzt müssen wir einen Weg hier, ah, da hinten muss ich lang. Das Problem ist, ich habe so einen richtigen Scheißkerl hier. Na gut, was heißt Scheißkerl? Einer, der nicht ganz so top geskillt ist wie die anderen. Aha. Jetzt muss ich nochmal... Ich weiß gar nicht, ah, das ist der Boxer, glaube ich, oder? Ja, Boxer ist er. Boxer! Herr Leutnant, kloppt dir die Fresse breit. Zack, zack. Mann, ist der Schnellfahrer. Oh, du Papsack. Geht doch. So. Alles klar. Haben wir das hier geschafft? Ähm. Okay. Gehen wir weiter. Das Problem ist, irgendwie so ein... Jetzt fällt mir der Name nicht mal ein. Wie das viel nochmal heißt. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap hier auch irgendwo und meine besten männer sind weg das ist natürlich richtig scheiße eigentlich immerhin sind wir jetzt schon mal aufgestuft das ist doch schon mal was jetzt muss ich nur überlegen alter 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 ich will echt nix sagen aber meine ist auch gleich tot hier muss man eigentlich die waffen weg damit es auflädt das c4 halten okay was auch immer das sein soll so gut der ist jetzt auch kaputt wunderbar eigentlich bin ich so richtig abkotzen gerade so sind halt mal die mädels gucken was diese verreisen das war so schlecht gut nicht schlecht nicht schlecht sonst scheint hier keiner mehr hier zu leben wer ist das hallo hallo esperant null ah genau esper in der lage esper zu beschwören das war toll gut dass mein halt wenn er ins kampf ist dreieck und kreis gedrückt um einen aktiven charakter zu opfern und dadurch eine esper zu beschwören da wollte ich mich verarschen wo 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 kommen die ganze soldaten auf einmal her ihr kleine hundersöne schalala ok gar nicht durch hier entkräftung aha alles klar espern genau hier rennt irgendwo eine rum meine stärksten die wir eigentlich in der esper hätten muss jetzt gegen den bastarda und kämpfen oder das bezeichnen hohe verluste ihr müsst vor der stadt oder ist es tot das ging aber mal schnell Verdammte Kacke, check. Zack. Katana H. Und H. Und ausweichen. Ich muss nur so weit es geht. Der ist gar nicht mal so. Der ist schnelle Typ, merke ich gerade. Der ist jetzt eher so der kräftige. Oh mein Gott. Geschafft, aber dabei gestorben. Das ist doch wunderbar. So, langsam gehen wir die Leute hier aus. Huhuhuhuhuhu. Das war knapp. Maschinenraum. Alles klar. Zur Unterstützung kommen, Kupo. Das ist toll. Alles klar. Wir gucken, was das hier bringt jetzt. Maschinenraum mal angeklickt. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ah, alle Sicherheitsdinger aufgehoben. Das ist natürlich nicht schlecht, die Sicherheitsverkehrung in die Festung einzudringen. Ah, waren wir noch nicht drin. Das ist aber toll. Ja, alles cool. Alles klar. Ich würde sagen, wir können hier kurz nochmal dazwischen speichern. Warum kann ich ein Topp? Warum kann ich die all nicht mehr nehmen? Die sind alle tot. Alle. Alle im Arsch. Das ist gar nicht mal so cool. Und ich schwitze mir hier gerade einen ab. Weil das tolle ist halt. Dadurch, dass es gerade geregnet hat, ist jetzt hier eine schwüle Luft. Du, das glaubst du gar nicht. Das ist gar nicht mal so cool. Das ist cool. So. Stimmt, ich wollte mal zwischenspeichern, falls ich jetzt gleich übelst den Arsch verschlagen bekommen. Was ich mir schon vorstellen kann. Ui, ui, ui. Alles klar. Gut, wo muss ich jetzt hin? Muss ich wieder raus. Das ist aber gar nicht so cool. Ach, du Scheiße. Die kleinen Bastarde. Ha. 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 Leute, 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 Leute. Ihr seid mir vielleicht ein paar Penner. Alter. Ich fühle mich so verletzbar. Au. Hier sind vielleicht ein paar Penner. Ähm, das war jetzt gerade nicht so geplant. Ah. Okay. Oder halt so, ne. Kannst du dich auch machen. Alles klar. Boah. Jei, 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 jei. Weiter geht's. Auf in die Schlacht. Hä? Alter, ich bin gerade total, ähm, Hardcore-confused. Ah, da unten. Das sieht doch schon besser aus. Zugang zum Zwinger, das hört sich aber nicht besser an. Alter, das sind alles Soldaten da unten wieder. Ihr kleiner Pinner. ist klar, da oben ist nur noch einer, das ist auch nicht. Der ist aber gelenkisch. Auf jeden Fall, der war gelenkisch. Ha! Ihr seid mir ein paar Arschlöcher, kommt her, ihr Penner. Das war jetzt blöd. Egal, zack. So. Alles auch mal. Alles Roger in Kambodscha. So, was ist weg? Ein bisschen Energie wieder aufladen hier. Ich bin ja in die Schützung gekommen, das ist toll. Alles klar. Haupttreppe. Ich muss sagen, die Mission war jetzt irgendwie, oh, doch schon etwas heftiger. Freund oder Feind? Was geht hier ab? Alles klar. Scheint mein Freund zu sein wenigstens. Wo springt man nochmal? Ah, hier. Zack. Ja. Zack. Wow. Wie soll ich das? Wie soll ich die blöde Frikatte da wegbekommen? Das war es dann auch schon wieder. Lebt es dadurch auch mein Mana wieder auf? Ich habe keine Ahnung. Ja, tut es nicht. Klasse. Ich habe die Frikatte irgendwie wegbekommen bevor es mir zu viel stress macht. Wow, 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 wow. Was ist das jetzt? Die Frikatte voll weit weg hier. Was ist denn das für ein Scheiß? wenn er nicht wegboxen kann tja wie schön würde ich das ist also echt ausweichen gut alles klar gut jetzt können wir angreifen ist das noch nur so eine verschillte freck hatte man hat Alter, ich verwette mir auch schlecht. Oder kann ich mich mittlerweile einsetzen? Vita? Nein. Bruder, ich bin schon geheilt, das ist gut. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Heilt mich mal bitte jemand? Ich bin gerade leicht. So. Jetzt haben wir ja das ganze mal. Ist klar. Dann gehts weiter in die Schlacht. Hä? Hä? Oh man. Die kleinen dreckigen Vieche. So. Weiter gehts. Hä? Äh ne. Auch nö. hab ich nur anvisiert echt ein bisschen jetzt hab ich nicht und ha ciao der ist gar nicht mal so schlecht hier der Typ ganz cool drauf alles klar auf zum ost warum laufen wir eigentlich ganz außerhalb nicht einfach direkt so ist das schön los schön da kommt hier noch so ein Bastard so 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 erwischt flasche weißer tiger erhalter seit wann kann man tiger in der flasche liefern so und weiter gehts weiter gehts über das da drüber glaube ich opfern dann ab über dreieck und kreis und glaube ich opfern ach du scheiße was ist das da oben Alter, jetzt ist der auch doch... Nö, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ohne Schammerz. Tray war Bogen. Klasse. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mit dem da oben liegenden Boss. Alter Vater. Alter, was ist das? Toll, ist der auch noch tot. Alter, Leute, es sind einfach... Ich hab da irgendwie einfach zu wenig Leute hier, das kann man nicht. Vor allem mit einem Dolch. Da, 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 da. Hör. Oh Mann. Leute, Leute, kann man eigentlich... Eigentlich nicht irgendwo wieder die Leute wiederbeleben, die man verloren hat. Das wär doch viel cooler, Mann. So muss ich... Ich glaub, wenn ich richtig viel Glück hab, komm ich grad mal. Neue Orte. Felshaber hat sich mit einer kleinen Anzahl zu haben. Schaltet ihn aus. Klasse. Leute, Leute. Wenn ich doch... Nur wenn ich noch andere Leute... Guckt euch das an, es leben nur noch drei Leute. Einer mit einer Flöte, einen Streitkolben und ich mit den Dolchen. Ja, das ist doch... Das ist doch... Äh. 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 Gut. Das ist irgendwie schon echt... Ganz schön traurig, Mann. Tun wir lieber noch mal speichern. Und... Gehen dann mal... den einen Hauptbefehl zwar mit seiner kleinen... Handvoll Soldaten ausschalten. Das Ganze aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und haut rein. ¿Has da mit dem emergen? Bäh gigalodden hinst. Bei dem Handschill blab. Ibakt Iowa chloride.